So, seid ihr bereit zum Tanzen? Seid ihr bereit oder nicht? Warten los! Seid ihr bereit oder nicht? Seid ihr bereit oder nicht? Der Einstich ist immer ein bisschen schwerer. Der ist wohl wahr. Ähm. Also. One, two, three, four! One, two, three, four! One, two, three, four! It's getting on my move, stop! One, two, three, four! und den Proberaum bereiten uns vor für das große Fest. Am 23.11. sind wir, der Kleine dahinten, der Mittlere und ich, unterwegs in den Norden, um euch mal richtig da oben aufzumischen. Genau, oder? Hier, aufmischen! Gut! Das ist doch normal! Okay, also vor zwei Minuten hatten wir 23.23 Uhr und das ist eine magische Zahl, scheinbar. Denn am 23.11. um ca. 23 Uhr werden wir, sofern ihr auch alle schön brav dahin kommt, zwischen Kloppenburg und Oldenburg, da oben im Norden, mal so richtig ein Aborten. Ja! Ja! Ja!